und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus ihr habt mal wieder gewählt und ihr habt euch entschieden für das gran turismo gt3 racing set mit der offiziellen maserati lizenz das ganze ist im maßstab 1 zu 35 wir haben ein fahrzeug ein servicewagen ein ersatzreifen ein kegel ein wagenheber und so eine art zieleinfahrt beziehungsweise präsentationsfläche mit dabei sind zwei figuren und wir haben 300 steine in diesem set es ist eine art classic set noch nicht allzu classic aber es ist immerhin aus dem jahre 2009 10 und fünf jahre egal wie schnell sie vergangen sein mögen sind doch eine gewisse zeit wenn wir uns dann die rückseite noch anschauen sehen wir dort das set noch einmal aus einem anderen winkel ich bin sehr gespannt ob diese szene mit dem wagenheber ansatzweise so nachspielbar ist ich bin auch gespannt ob hier noch sticker drin sind denn hier steht nirgendwo etwas von pad printed das kam bei kobe auch erst später das ganze ist aber natürlich trotzdem wie auch heutige setz schon in europa hergestellt worden wir haben auch noch ein paar informationen zum echten fahrzeug dabei aber sonst ist die packung doch sehr schlicht gehalten mir gefällt zwar dieser weiß ton aber ich denke das wichtigste finden wir wie immer im inneren deshalb mache ich das ganze auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an leider ist die packung mal wieder wie gewohnt nicht zerstörungsfrei zu öffnen da sie geklebt ist und was aber von kobe mir noch nicht so extrem aufgefallen ist wir haben eine sehr sehr leere verpackung also wenn es hoch kommt ist die packung um 50 prozent gefüllt sogar noch ein stückchen weniger das gefällt mir gar nicht nun ja zumindest finden wir darin die teile tüten und wir sehen hier auf den ersten blick dass doch einige sachen schon bedruckt sind auch bei diesen scheiben sind zum beispiel prints vorhanden die zielflagge hier ist bedruckt also ich bin schon mal guter dinge dass hier viel bedruckt ist oder vielleicht alles denn wenn ich mir das hier anschaue da sehen wir ja auch schon die heckstuhlstange auch dieses bedruckt also steht es hier vielleicht noch nicht explizit auf der packung aber es scheint mir auch pad printed zu sein wir haben auch noch ein paar lose steine dabei unter anderem zweimal diese grünen plates hier dann haben wir noch dreimal diese fliesen die obwohl sie lose verpackt waren noch gut glänzen sind und wenig kratzer abbekommen haben was mich aber hier direkt stört sind die immens großen nicht übersehbaren und eingelassenen angusspunkte also das geht auf jeden fall besser und ebenfalls lose finden wir dann noch diesen kleinen schlauch über die steinequalität reden wir aber wie immer während des baus wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können also geht es weiter zur anleitung und die anleitung ist flächenmäßig sehr groß und dafür dann sehr dünn warum auch immer auf jeden fall ist das ganze klammergebunden wir haben eine ordentliche papierqualität wie wir das von kobe kennen auf der anleitung finden wir auch noch mal alle wichtigen angaben auf der vorderseite es wird ebenfalls von kobe gewohnt alles ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird dann in vollfarbe dargestellt was mich sehr freut ein sticker bogen finden wir nicht und insgesamt haben wir 54 bauschritte bis das ganze hier gebaut ist eine teile liste finden wir leider auch nicht auf der rückseite haben wir aber noch mal die verschiedenen maserati modelle die es zu dieser zeit von kobe gab gerade das garagen set interessiert mich auch noch sehr und die kleinen fahrzeugchen können sich denke ich alle sehen lassen ich freue mich auf jeden fall schon immens auf den bau fangen dementsprechend jetzt auch anzubauen und wir sehen uns wieder wenn das fahrzeug fertig ist denn das bauen wir als allererstes und da steht auch schon der maserati gran turismo gt3 bisher noch ohne den ganzen rest aber ich kann euch sagen wenn die aufgabe wäre beschreibe ein kobe set in form eines fahrzeuges dann kommt wohl dieses fahrzeug hier dabei rum denn wie wir das von kobe gewohnt sind haben wir wieder viele formteile an den wichtigen stellen dazu zählt natürlich das heck und auch die front die richtig richtig gut aussieht meiner meinung nach wir haben so gut wie kein teil ohne drucke und die drucke sehen auch sehr sehr schick aus bis auf eine stelle die zeige ich euch gleich noch wir haben die schönen spiegelteile auch die seitenansicht kann sich auf jeden fall sehen lassen und das hier geht mal wieder mehr in richtung modellbau als in ein klemmbaustein fahrzeug was den eindruck leider leider trübt ist wir haben jetzt zwar eine hohe druckqualität im weiß auch hundertprozentig wurde die farbe eben nicht getroffen und diesen übergang sieht man wenn man muss fairerweise sagen wir haben ja gerade vier lichtquellen die dieses set von jeder seite beleuchten da fällt das natürlich sofort auf bei tageslicht wird das weniger auffallen aber das ist das einzige kleine manko was mich aussehensmäßig an diesem sonst absolut wunderschön fahrzeug stört und es hat auch durchgängig spaß gemacht zu bauen besonders die drucke auf dem dach finde ich ja mal mega cool das ist ein leicht reflektierender silberdruck die übergänge sind absolut perfekt und das fahrzeug hat eindeutig einen highlight charakter und auch die weiß töne von den steinen haben sie wirklich wirklich gut getroffen wir haben nur minimalste abweichungen wie sie eigentlich jeder hersteller hat hier aber eben in minimal und ich mag das fahrzeug schon sehr im inneren ist bei dem fahrzeug nicht wirklich viel los da wurde sehr viel auf die äußere optik gelegt trotzdem sieht es ordentlich aus ich finde vor allem die kopfstützen hinten ganz cool gemacht denn da haben wir jumper plates aber mit einer höheren noppe so dass wir wenn wir dann die käse ecken drauf bauen so eine art kopfstützen look bekommen wir haben extra ausgeschnittene teile für die spiegel damit das ordentlich aussieht wir haben ein kleines lenkrad drin und eine angedeutete armatur und das ist dieses schöne zwischending was sie hier gut hinbekommen haben der fokus ist ganz klar das aussehen von außen aber innen muss es sich nicht verstecken dort wurde nichts rum gepfuscht sondern es sieht auch in ordentlich aus wenn auch das highlight ganz klar natürlich draußen liegt das fahrzeug hat mir schon sehr viel freude bereitet ich hoffe dass das bei dem ganzen kleinen schnickschnack da jetzt dazu kommt und eben auch der start ziellinie hier auch der fall sein wird wir schauen es uns auf jeden fall gleich zusammen an die zeit ist super schnell vor gang es ist natürlich ein kleines set aber das spricht auch dafür dass es spaß gemacht hat und so fährt der maserati schon über start ziel ich muss aber ganz klar sagen dass dieser zweite teil eindeutig der schwächere teil des set war ich habe auch mehrere stellen an denen ich leider ein paar sachen kritisieren muss das gehen wir aber nach und nach durch als erstes bauen wir nach dem fahrzeug wirklich hier diese fläche mit der start ziellinie was ich sehr cool finde das sind alles prints hier andere sets hätten das hier einzeln mit fliesen gefließt das wäre natürlich eine möglichkeit gewesen aber ist jetzt nichts was den bauspaß riesig voran bringt hier haben wir prints das sieht sehr sehr gut aus und ist natürlich einfacher zu verbauen wir haben auch diesen coolen maserati print auf dem start zielbogen hier sehen wir aber auch schon die erste sache die mich leicht stört denn wir haben hier diese nennen wir es mal clear steine drauf klar ist dort aber überhaupt nichts das ist super milchig das erinnert eher an glow in the dark steine auf der verpackung wird aber kein glow in the dark beworben deshalb glaube ich auch nicht dass das hier glow in the dark ist und auf der verpackung beziehungsweise auf der anleitung die ja gleich ist vom druck wurde das auch ordentlich kaschiert denn dort sehen sie schön weiß aus und nicht so gelblich beim echten set sehen sie ja dann eher aus als wären es die steine von der verpackung aber nach fünf jahren in einem raucherhaushalt das gefällt mir nicht so wirklich über die angusspunkte der großen fliesen haben wir schon gesprochen das ist leider wirklich störend aber finde ich nicht das störendste hier an dieser ganzen konstruktion denn wir haben hier die größte farbabweichung die ich seit lang bei kubi gesehen habe im übergang von den großen fliesen zu den kleineren fliesen hier das ist ein komplett anderer farbton und dann kommt natürlich noch der supergau für dieses set denn nachdem wir hier schon diese große farbabweichung haben bei den glänzenden fliesen kommen wir dann zu diesen klappfunktionen diese sind aber vollständig mit einer angerauten matten oberfläche und für den unwahrscheinlichen fall dass man diese farbabweichung nicht erkennt ist dann dieser punkt auf jeden fall der an der man sagt das sieht nicht so wirklich stimmig aus ich meine ich kann damit leben auch bei echten straßen oder rampen ist nicht die farbe eins zu eins gleich aber wir sind hier bei kubi und da habe ich qualitativ einfach auch höhere ansprüche der preis ist ja auch ein wenig höher das wird natürlich relativiert durch die ganzen prints die in sind das ist ja wirklich wahnsinn als nächstes bauen wir dann diese begrenzung hier das nichts wirklich spannendes zu erzählen die ist klappbar so dass wir uns die wirklich hier mit sie klemms einstellen können wie wir das möchten und es ist einfach mit weißen und roten slopes gebaut wie gesagt absolut nichts besonderes als nächstes nehmen wir uns dann den servicewagen vor auch dieser ein bild den man so oder so ähnlich schon öfter gesehen hat wir haben aber wieder einen schönen print dabei und ich finde da kann sich generell auf jeden fall auch sehen lassen und dann kommen wir noch zum wagenheber rein theoretisch hat der eine funktion und ich habe ja versprochen wir gucken uns an ob die auch wirklich am set funktioniert denn ganz klar damit hat kobe einfach geworben und dann finde ich sollte das auch funktionieren und wie wir das erwarten können wenn wir den natürlich hoch pumpen wollen wie einen normalen hubwagen passiert hier gar nichts dazu reicht natürlich die klemmkraft der sie klemms nicht wenn wir dann die wirklich schöne und meiner meinung nach für den maßstab echt realistische aufnahme nach oben klappen und das fahrzeug versuchen drauf zu stellen klappt es sich natürlich auch direkt nach unten aber wenn wir das fahrzeug so einrasten dann kommt es einem aufgebockten fahrzeug schon relativ nahe aber mit dem was uns auf der verpackung versprochen wird hat das natürlich absolut nichts zu tun und nennt mich kleinlich aber wenn etwas was auf der verpackung gezeigt wird beim set nicht umzusetzen ist dann ist das für mich falsche werbung und das prangere ich beim dänen an und genauso muss ich es auch bei kobe anprangern auch wenn bei dem bild natürlich klar war dass es wahrscheinlich so nicht umzusetzen ist geht man als käufer der mit klemmerstein nicht viel zu tun hat davon aus dass es ebenso umzusetzen ist das ist für mich genau dasselbe wie bei den dänischen speed champions fahrzeugen natürlich wissen wir alle dass dort keine lenkung drin ist aber ich finde es ist zu kritisieren wenn dort eine lenkung beziehungsweise eingeschlagten räder oder lichter die brennen gezeigt werden denn als käufer der nicht viel ahnung von dem produkt hat geht man natürlich davon aus dass man dann eben eine beleuchtung hat oder eine lenkung und dann bin ich enttäuscht wenn es nicht so ist und dasselbe gilt auch für mich für diesen fall deshalb wie gesagt wenn ich das bei den dänischen hersteller anbrauche dann muss ich das auch bei kobe kritisieren denn ich finde das gehört sich einfach nicht auf der verpackung dinge zu zeigen die nicht möglich sind davon abgesehen haben wir noch einen feuerlöscher auch diesen feuerlöscher wohnt ein kleiner print bei dann gibt es den versprochenen ersatzreifen zumindest der ist keine falsche werbung wir haben den kegel der wird nicht zusammengebaut sondern ist ein bedrucktes teil und wir haben noch ein radkreuz als werkzeug einen schraubenschlüssel einen schraubenzieher und einen großen bolzen der wird auf der verpackung gezeigt und ist eben auch mit dabei und das ist rein steinemäßig alles was wir von diesem set erwarten können dann gibt es aber natürlich noch die figuren hier auch wieder typische kobe figuren den rennfahrer finde ich in ordnung aber ich habe auf jeden fall schon schönere rennfahrer gesehen und seinen kollegen mit der start ziel flagge finde ich fast schon etwas schöner gelungen denn bei rennfahrern gehört mir der helm bedruckt ich meine kobe macht so viele drucker da wäre das cool wenn auch dieser helm bedruckt gewesen wäre und ich finde das design kann da noch mal ein wenig mutiger sein das wird aber wahrscheinlich an der lizenz liegen dass sich für dieses eher schlichte design hier entschieden wurde es sind gute kobe figuren keine super besonderen kobe figuren aber wenn man damit spielen möchte oder sie einfach daneben stellt reichen diese natürlich völlig aus wir können den kopf bewegen die arme bewegen und die beine bewegen wie wir das von den kobe figuren kennen da hat sich über die jahre nicht viel geändert ich meine es wird zwar nicht auf der packung gezeigt dass die figuren einpasst aber mich stört schon ein wenig dass die figur eben nicht ins fahrzeug gesetzt werden kann da hätte ich mir dann statt der rennfahrer figur vielleicht noch eine weitere service figur gewünscht denn ich bin jemand für den der rennfahrer ins auto gehört also man muss wirklich sagen dieses set hat durchaus kleine schwächen bis größere schwächen denn die meiner meinung nach falsch werbung gehört schon zu einer größeren schwäche trotzdem gefällt mir dieses set ziemlich ziemlich gut ich hatte sehr viel spaß beim bau und das hat mich über die fehlerchen die wir besprochen haben auf jeden fall hinweg getröstet für mich ist es aber keines der wirklich oberen top kurbi sets wir haben hier viele sachen die kurbi sets so einzigartig und cool machen aber es reicht einfach für mich nicht da haben wir bei kurbi schon viel bessere sachen gesehen auch in diesem maßstab trotzdem ist es generell ein gelungenes set und wenn man dieses set für einen preis sieht wo man sich selber denkt das ist es für mich wert dann kann man da nicht viel falsch machen es ist aber auf jeden fall kein must have und keine dieses set muss man unbedingt kaufen empfehlung es ist gut aber für kurbi einfach nichts besonderes spaß hatte ich wie gesagt auf jeden fall dennoch und deshalb gibt es eine kaufempfehlung auch wie gesagt bei dem preis wo ihr euch denkt hey dafür könnte ich zuschlagen dieses set ist ja schon etwas älter also meistens nicht mehr im regulären handel wir haben jetzt also keine uvp an der man sich super richten kann das ist dann eine ganz persönliche sache was man für dieses set für angemessen hält von dem umfang den man hat und dann kann man erwartungsgemäß bei kurbi nicht allzu tief fallen und wird auch mit diesem set spaß haben wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und möchte das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein euer valleybrick